dann sämtliche dieser Nahrungsergänzungsmittel weggelassen. Und das sind jetzt die folgenden Ergebnisse. Vitamin D liegt wahrscheinlich wohl daran, dass ich im Sommer den ganzen Tag draußen bin, oberkörperfrei, leicht bekleidet und seit gut sechs Jahren praktiziere ich die vegane Rohkost. Und ich habe am Anfang von meiner Ernährungsumstellung ein kleines Blutbild gemacht. Damals habe ich Eisen, Vitamin D und Vitamin B12 messen lassen. Laut dem Labor waren diese Werte im unteren Durchschnitt und seitdem, über diese sechs Jahre, habe ich kein weiteres Blutbild von mir machen lassen, bis jetzt einige von euch Interesse gezeigt haben und jetzt nach diesen sechs Jahren mal wissen möchten, wie es um mich steht. Ich habe mein Blutbild gemacht, ein etwas Größeres und das werden wir heute mal ein bisschen analysieren. Für alle diejenigen, die mein Video vor einigen Monaten nicht angeschaut haben, wo ich meinen sechs Jahren Rohkostweg aufzeige, werde ich das mal kurz zusammenfassen. Ihr könnt es euch später im Detail nochmal besser anschauen. Jedenfalls gebe ich euch erstmal eine kurze Zusammenfassung. Innerhalb von sechs Monaten bin ich von der konventionellen Kost auf die vegane Rohkost umgestiegen und da einige Fehler gemacht. Ich habe einerseits zu viel Früchte am Anfang gegessen, zu wenig und auch viel zu viel gefastet für diesen Zeitpunkt. Das heißt, mein Körper hat sehr viel abgebaut, diesen falschen Körper und habe dann dementsprechend von diesen 75 Kilo, die ich damals gewogen habe, ich war durchtrainiert, bin ich bis runter auf 40 Kilo runtergekommen. Das war für mich dann der Tiefpunkt bzw. der Weckruf, um halt weiter an meiner Rohkost zu arbeiten. Ich habe mich da weiter informiert, habe da auch zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel für das erste Jahr auch zugenommen, also zum Beispiel Vitamin B12, Vitamin K2, Vitamin D, OPC habe ich auch mal genommen, also so ein paar kleine Sachen habe ich da genommen. Und nach diesem Jahr habe ich dann sämtliche dieser Nahrungsergänzungsmittel weggelassen. Als ich die Nahrungsergänzungsmittel absetzte, wog ich ungefähr 50 Kilogramm und wohl bemerkt zu meiner Umstellung auf die vegane Rohkost, also kurz bevor her, waren die Werte im unteren Bereich und ich habe jetzt in dem Jahr nicht so hoch dosiert mir die Sachen zugenommen, dass da jetzt der Speicher für mehrere Jahre aufgefüllt war. So, das bitte im Hinterkopf behalten. In dieser Zeit habe ich Spross, Wildkräuter, Smoothies, Gourmet-Rohkost und auch ein bisschen mehr miteinander, durcheinander gemischt. Und die Mahlzeiten waren auch etwas größer, damit ich halt erstmal mit der Entgiftung besser klarkomme. In den nächsten fünf Jahren hat sich dann sehr vieles gewandelt. Ich habe ja mein Permakultur-Projekt angefangen. Ich war dann sehr viel in der Sonne, sehr viel körperlich aktiv. Ich konnte jedes Jahr immer länger fasten, konnte auch immer weniger essen, habe meinen Intervallfasten auf jetzigen Standpunkt auf 24 Trockenfasten umgestellt, habe auch Wurzelgemüse weggelassen, habe die Smoothies weggelassen. Mein momentaner Essplan schaut folgendermaßen aus, dass ich eine Obstmonomahlzeit zu mir nehme, einen Saft zu mir nehme und am Abend dann ein bisschen Avocado, Gurke und einen Salat esse. Außerdem ist meine sportliche Aktivität mit jedem Jahr gewachsen. Laufen, Krafttraining, die Kampfkunst. Und momentan bin ich allein mit der Kampfkunst, mit dem Krafttraining und dem Cardio ungefähr vier Stunden am Tag beschäftigt. Das Interessante dabei ist, dass ich meine Fastenzeiten immer weiter ausdehnen kann. Das ist ja zum Beispiel nur 20 Tage, ich immer wasserhaltiger und leichter esse und immer mehr körperlich aktiv sein kann und trotzdem zunehme. Beziehungsweise langsam Muskelmasse aufbauen, diese auch halten und auch nicht mehr so viel Gewicht verlieren, wenn ich zum Beispiel faste. Kleiner Exkurs für euch zum Verständnis. Jetzt schauen wir erstmal da rein, warum ihr überhaupt dieses Video eingeschaltet habt und bitten wir uns den Testergebnissen. Ich habe mehrere hunderte Euro in die Hand genommen, um drei Tests für euch zu machen. Einen zu Omega 3, einen zum Eisen und einen allgemeinen Fitnesscheck. Von vornherein könnt ihr schon mal dafür einen Daumen nach oben geben, den Kanal kostenlos abonnieren und auch gerne eine freiwillige Spende hinterlassen, damit ich weiterhin für euch solche Videos machen kann und solche Selbstexperimente. Kommen wir zu den Umständen, als ich die Tests gemacht habe. Das war dann am vierten Tag meines Saftfastens. Im Allgemeinen, wenn man solche Blutbilder macht, sollte man mindestens zwölf Stunden am Stück nichts zu sich genommen haben. Am Morgen bin ich noch mal eine Runde gedreht, bevor ich den Test gestartet habe und zwischen 9 und 10 Uhr hat mir dann meine Mutter das Blut abgenommen. Und das sind jetzt die folgenden Ergebnisse. Dann fangen wir mit dem Fitness-Health-Test an und genauer gesagt mit den Werten, die laut diesem Test in einem grünen Bereich sind. Darunter fällt das HDL-Cholesterin, was als gute Cholesterine betrachtet werden. Dann die Triglyceride, was als Neutralfette bezeichnet werden, die vom Körper auch selbst hergestellt werden können. Der CRP-Wert ist ein Entzündungsparameter und bei mir ist der sehr niedrig, was ich als sehr positiv auch erachte. Magnesium ist im grünen Bereich. Vitamin D liegt wahrscheinlich wohl daran, dass ich im Sommer den ganzen Tag draußen bin, oberkörperfrei, leicht bekleidet und ständig 3, 4, 5 Stunden lang im Garten mich einfach blindlängs sonnen lasse. Der Testosteron-Wert ist für meinen Ansprüchen nach, beziehungsweise auch nach der App etwas zu wenig. Da müsste ich vielleicht etwas mehr arbeiten. Und der Vitamin B12-Wert ist auch in dem grünen Bereich. Dann kommen wir zu den Werten, die in einem kritischen Bereich sind. Darunter das LDL-Cholesterin, das T-Cholesterin, welches sich zusammensetzt aus den HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin und ein Fünftel von den Triglyceriden. Und so errechnet sich dann dieser Wert, damit ihr Bescheid wisst. Das Cortisol ist um einiges erhöht, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich halt momentan faste und dadurch im Allgemeinen der Cortisol-Wert durch das Fasten um einiges erhöht. Zusätzlich muss ich gestehen, dass das wirklich mein erstes Mal war, dass ich einen Selbsttest gemacht habe und für mich diese Nadel ungewohnt war, auch für meine Mom. Und nach dem ersten Test, das war der Eisen-Test, nachher habe ich den Health-Test gemacht, also diesen hier. Und da hatte ich dann schon sehr viel Stress in meinem Körper. Dann nach dem ersten Test war ich dann ziemlich kalt, schweißgebadet, war dann ein bisschen aufgewühlt und alles Mögliche. Und das kann auch noch weiter dazu beitragen, dass der Cortisol-Wert etwas erhöht war. Aber zusätzlich muss ich auch sagen, dass ich jetzt in den letzten Zeiten, wo ich jetzt meinen Fasten auch mache und jetzt mit meinem Projekt mehr Tätigkeiten mache, auch Online-Videoschnitt und hier im Garten, es ist ein bisschen hektischer auch zugeht bei meinem Projekt. Der letzte Wert in diesem Test ist das Ferritin. Werde ich aber nicht näher darauf eingehen, weil es komischerweise so ist, dass ich den Eisen-Wert ja zuerst genommen habe, diesen Test. Und danach diesen hier im Eisen-Test ist der Ferritin-Wert ein anderer, der es um einiges erhöht. Und an Eisen-Mangel muss ich nicht befürchten. Interessant bei der ganzen Sache ist, dass mein Blut ziemlich schnell gerinnt. Es hat eine optimale Dicke. Es war auch dann deshalb umso schwieriger für meine Mutter auch das Blut aus meinem Finger zu quetschen. Dann kommen wir zum letzten Test und das ist der Omega-3-Selbst-Test. Und bei dem Omega-3 habe ich ungefähr 23 Prozent, der laut dem Labor viel zu niedrig ist. Das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis liegt bei 42,8. Für mich sind diese Ergebnisse sehr interessant. Einfach aus dem Grund, weil ich ja nicht viel Wert lege auf die Kalorien- und Nährstofftheorie. What? Und dass ich halt seit mehreren Jahren ja gar keine Nahrungsergänzungsmittel mehr zu mir nehme. Ich werde das auch weiterhin so fortführen. Und das für mich als ein persönliches Selbstexperiment abstempeln. Ihr könnt mir auch bei diesem Weg weiterhin folgen. Gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, Social-Media-Kanäle oder auch den Telegram vorbeischauen, wo ich ja da regelmäßig meine Updates abgebe. Falls trotzdem noch einige Bedenken haben und dann wirklich noch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen möchten, ihr könnt mal gerne bei Lebenskraft Pur zum Beispiel vorbeischauen. Die bieten da einige Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel an. Und wenn ihr da über meinen Link zum Beispiel einkauft, dann könnt ihr mich und mein Projekt nochmal zusätzlich unterstützen. Ihr bekommt eure qualitativ hochwertige Ware, zahlt keinen Cent mehr und unterstützt somit nochmal mein Projekt. Klingt glaubwürdig nach dem, was ich vorher gesagt habe. So, jetzt werde ich euch noch hier drüben mein Video zu sechs Jahren Rohkost verlinken, damit ihr noch hier nochmal die Hintergründe habt. Jetzt könnt ihr da nochmal reinschauen und dann wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video zur Permakultur oder Gesundheit.